Wie geil, soll ich starten nächstes Match? Ähm, ja, kannst du machen. Yeah. Ähm, jo. Maximilian. Na, ich nenne wieder die Magier-Tante. Die ist mega nice, finde ich. Die bockt auf jeden Fall. Select your loot out. Jetzt kann ich meinen loot out hier. Ja. Start, aber ich kann ja nichts daran ändern, so richtig. Oh, du kannst ja halt irgendein anderes erstellen. Die kommen jetzt von zwei Richtungen. Da können wir theoretisch eins machen, direkt. Ja, ja, klar. Da werden wir direkt eins... Wir gucken uns erstmal die Map an. Ja, ja. Ja, das musst du sowieso machen. Ja, gut. Deswegen am besten halt den Weg so lange wie möglich machen, ist klar. Und dann mal gucken. Ja, kriegen wir schon hin. Orcs Must Die Unchained. Unchained. Geil. Yeah. Wup, wup. Krass, tight. Was machst du jetzt? Wie machst du das jetzt eigentlich als Format hier? Einfach neues Projekt anstatt 60 Seconds jetzt. Achso, okay. Joa. Es kommt ja noch wieder. Also es wird ja noch da sein. Irgendwann. Es, 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 es. Warte, 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 warte. Was ist das hier? Ah, total. Cool. Warte, 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 die kommen ja hier raus, ne? Ja, du hast recht noch eine Minimap. Weil da ist noch eine zweite Tür, deswegen würde ich schon sagen. Ja, ich würde sagen, machen hier zu. Hier. Wieso hier? Oder willst du, willst du hier auf der Seite zu machen? Ja, ich bin auf der Seite zu machen, dass die, also hier halten. Können wir hier ein bisschen was mit Traps halt hinpacken? Ein paar? Also hier? Ja, lass doch hier zu machen, dann laufen sie hier lang. Ja, aber hier ist ja länger auf Wege. Dann laufen die durch mehr Traps halt, die wir hier noch ranpacken. Ja, aber wenn sie hier lang laufen, laufen sie zu den nächsten Dings. Ne, warte mal, ach so. Um wir hier zu machen. Ja, hier an der Tür halt. Ja, oder hier unten. Hier unten reicht doch auch. Dann können wir sie nämlich hier recht ein bisschen was hinpacken. Weißt du, hier, kannst du jetzt hier, da, an der Wand halt, an der Wand halt, ja, hier lang halt, kommen die da noch lang? Ja, aber das Ding ist, da müssen wir auch hier oben zu machen. Ne, die laufen ja safe hier lang, oder laufen die da rum auch? Ja, hier lang laufen sie auch. Guck mal hier, wo ich bin. Ne, die ganzen Minions laufen noch hier links lang. Ja, aber hier lang, da lang werden sie auch laufen. Ja, dafür sind ja die Geister da, wo die lang laufen. So, gut auf der, die laufen alle da lang. Ja, okay, warte mal, dann saven wir uns, warte, wo ist die andere Tür? Hier ist die andere Tür. Wollen wir uns einfach hier alles platzieren? Weil die kommen ja hier alle eh hin. Ja, hier kommen sowieso alle durch, ne? Ja, dann lass doch hier alles hin platzieren schon. Ja, okay. Dann müssen wir da hinten nicht mehr platzieren, weißt du? Ja. Dann, ich warte mal, hier. Ich werde das nie erkennen. Ich werde das hier einfach hier verlassen. So. Ja, da müssen wir noch nichts machen, weil da kommst du noch nicht durch, aber. Okay, ich hab keinen Platz mehr. Äh, kein Geld mehr. Ich auch nicht. Also, scheiße, komm mir auf den Grund. Okay, jetzt muss man ein bisschen rumballern. Guck mal, ja genau. Jetzt können wir uns ja erstmal hier hinstellen. Und pfeilen. Ja, das kann jetzt kritisch werden. Nee, wir haben ja noch die Dings hier. Diese Pfeilen, weißt du? Diese Fässer. Ich geh gleich mal ran. Da kommen sie. Wo? Ja, okay, sie laufen doch alle da lang. Warum auch immer sie alle da lang laufen. Also, ich kann hier mal Guardian später platzieren dann, ne? Äh, ich lauf mal zurück. Deswegen, die laufen alle hier ruhig. Kommen sie eigentlich auch von hier? Also, von hier oben, wo ich grad war, da können wir da nämlich später auch noch was hin platzieren, dass sie da nicht lang laufen, dass sie nur von der Seite kommen, wo sie jetzt kommen, weißt du? Die kommen automatisch. Ja, aber ich meine nur, hier von rechts könnten sie dann später auch kommen, dass wir da dann irgendwie zubauen. Dass die da von daraus nicht kommen. Die können auch nie, glaube ich, kommen. Der Guardian steht nicht. Du kannst ja nicht von da vorne einen Guardian stellen. Warte mal, wir bauen jetzt einfach mal eben. Weil du kannst nicht den Guardian basteln. Ja, dann lass doch mal hier zubauen, dass die hier nicht lang genug können. Brauch mal eins dahin, ich kann gar nichts mehr. Wave 2. Hast du eins hingebaut? Ja, hab ich gemacht. Okay, nice. Die können gleich durch das andere auch noch kommen, ne? Nächste Wave. Schon bei der nächsten? Ja, weil da ist ein Ausrufezeichen dran. Achso, ja, okay. Okay, lass dich mal einfach laufen, lass dich einfach mal da lang laufen. Ja, ich baller hier von hier aus schon mal ab. So. Kriegen wir ihn. Weil ich kann jetzt einfach den hier machen. Zack. Level up. Äh, ich mach wieder das, ja. Ich baue schon mal hier hin, ne? Okay. Warst du ein Petter Boy, Alter? Haben wir alle? Das ist mega geil zum Escaven, das ist der Wahnsinn. So, ich platzier schon mal, oder? Ich bin ja alle safe hier durch, ne? Ja, ich muss gerade sagen, kommen wir ja schon mal hier ein Hinpläzen. Ja, klar. Ähm. Alter Puli, wer? Was machst du hier, Junge? Alter. Warte mal. Ähm. Can't touch this decrease enemy movement speed. Laufen alle safe hier lang? Warum laufen die alle da? Ja, ich weiß nicht, wollen wir das machen? Wollen wir hier zu machen? Hier? Dass die hier nicht lang laufen, hier rein? Äh. Wird eher an der anderen Seite hier zugemacht. Weil dann laufen die, du willst die hier, du willst die alle noch da schicken, nicht nach hier. Hier rum. So, nee, ja gut, da, ja, das macht mehr Sinn. Ja, klar. Weil hier ist der Weg viel länger hier rum. Da kannst, da kann ich ein Guardian hinstecken. Ja, ja, dann mach hier mal, mach mal zu, ich hab kein Dings mehr. Ja, warte mal. Mach hier unten zu, mach hier unten zu. Ja, geil, kein Mann hier. Ja, okay, dann müssen wir vorher erstmal deffen. Ja, ist alles so schlimm. Prima, Sven. Unser Guardian hier klatscht da eh alles weg, eigentlich. Ich steff die Wand hier, ne? Ja, gut, dann läff ich hier. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir übel wenig Money haben, so. Okay, wir bleiben zu bleiben. Komm jetzt. Mach die Tür doch mal zerkaputt. Mein kommt schon. Danke. Oh Gott, das sind echt viele. Ich hab sie, ich hab sie, ich krieg sie, ich krieg sie. Okay, den Vorteil, den ich hab, ist, ich hab auch nicht, ich hab mich. Hab sie, hab sie, hab sie alle. Da kommt welche durch, ich schieß die mal ab, oder? Ja. Ja, von wo? Achtung. Hey, man. Kommt ein Digger. Ja, hab ihn. Lass doch mal den Guardian. Hab zugemacht hier. Ja, okay. Das war jetzt gleich hinterher nochmal. Dann böllere ich hier mal ein bisschen was hin, ne? Ja, ich werd hier auch ein bisschen hinpassen. Weil das ist halt nicht normal, indem ich hier auf den Tag gehen kann. Scheiße. Ähm. So, Aero Trap, Aero Trap. So, dann haben die erstmal hier viel Spaß. So, ja, ich hab hier jetzt auch erstmal genug. Was geht bei dir hier ab? Ja, alles gut, ich krieg das hin. Was? Äh. Mein Guardian gönnt sich halt hart, Alter. Oh lol, die können hier noch durch. Ja, wir haben ein, einer snackt sich unseren Dings. Weil die da noch durchrennen konnten. Shit, Alter. Die konnten jetzt nicht? Ja. Eine ganz kleine, minimale Lücke. Warte, ich mach zu. Scheiße. Alle, ich gleich zurück. Kann ich hier nicht zu... Ich kann hier, glaub ich... Nein. Guck, die kommen hier durch. Ja, mach so. So passt. Dann kann ich die wieder verkaufen, oder? Kann ich die wieder verkaufen? Kann ich nicht. Scheiße. Äh, hä, natürlich kannst du die verkaufen. Kann ich nicht mehr. Voll. Da, wo wir gehen? Da krieg ich mal ein bisschen Leben wieder. Äh, hast du kein Kraut oder so? Ah, das ist hier. Ja, das ist Kraut, genau. Ach, tschuuu. Oi, oi, oi. Okay. Ja, nice. Nächstes Level. Äh, was soll ich so machen? Also, ist jetzt schon einer durch. Gut, wir kriegen auf jeden Fall keine, dass viele Sterne mehr. Leute, hier sind noch mehr. Wir sind einen anderen Weg gelaufen. Hä, die kommen ja immer noch durch. Ne, wir sind auch einen anderen Weg gelaufen. Was ist echt denn? Weiß ich nicht, irgendwo bei dir lang. Ne, das kann ja nicht sein. Doch, die kamen von hier hinten. Ne, aber da ist ja nichts. Ich weiß auch nicht, wie die hier durchgekommen sind. Ich klatsche einfach, ich klatsche einfach einen Guardian hin. Der deppt das ein bisschen. Sie können, äh, okay. Kann ich einen zweiten Guardian präten? Ja, klar. Oh, dann brauchst du mich einfach reinhören. Äh, scheiße. Ich will das noch platzieren. Okay. Ja, so mein Guardian gönnt sich halt hart. Ja gut, dass die hier durchkommen ist klar, genau. Ich komm auch klar. So. Kann man irgendwie pingen oder so? Hä? Kann man irgendwas pingen? Ne, ne? So, jetzt kann ich was verkaufen, oder? Ja, den konnte ich noch verkaufen. Ah. Weil das meiner ist. Achso, okay. Ganz aber anmachen, dass halt Verbündete das... Können die eigentlich auch durch Teleport gehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das hat zu wissen, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die hier mal durchkommen. Ja, ich hab hier auch eigentlich ganz gut was gedefft. An defft hier hingestellt. Ja, wir sehen, wir haben ja auch ein bisschen Webmap-Awareness. Ja, eben. Was mich halt wundert ist... Moment, wo kommen die denn hier her? Ach, die laufen erst hier hinten bei meinem Guardian vorbei. Bis die denn mal da zum richtigen Wegla... Okay, die sind auch... Wir haben das hier mit NPC-Turbeit auch zu tun, ein wenig. Alles klar. Ich hab hier mal einen Barrel hingestellt. Ich weiß gar nicht, ob explodiert das? Keine Ahnung. Oh. Ich kann dir einfach schon Schaden zufügen, obwohl die nicht mehr im Raum sind. Okay. Ja, geil. Ich kann Barrels explodieren. Okay, das ist OP, Alter. Ich muss mir mit diesen Barrels arbeiten. Na, Kombo. Alter. Ui, 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 ui. Du bist damaged hier bei Kinetik-Pilz. Kombi. Oh. Ja, das ist ja, glaube ich, ein Schlauss. Das war easy, oder? Ich muss mal meinen Blitz eingesetzt, den ich hatte. Ja, nice. Hier nochmal ein paar Sklazen. Halt los, Digger. Okay. Bullgott. Okay, ich hab einen neuen Dings. Damage Best. Nee, bei mir kommt ein kleiner Boss. Oder so. Der Bullgott. Aber was soll ich denn? Ich soll vor allen Dingen mal ein paar neue Traps packen. Werde ich schon Money haben. Die haben hier halt, also die kommen hier gar nicht mehr durch. Oder kaum. Nur, das hat ja mein Zeichen gemacht. Die leuchtet. Ich glaube, die blau ist. Weiß er nicht. Oh, hier ist ja wieder weg. Oh, Leute, wie viele kommen hier denn? Okay. Nice. 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 Ja, wir haben wieder nur... ...rei bekommen. Ja, weil einer durchgekommen ist. Ja, ja. Der vierte ist, dass keiner durchkommt. Der letzte ist dann unter einer bestimmten Zeit. Aber ist okay. Und ich hab wieder Kisten bekommen. Ich hab... Ah, ich auch. Okay, wieder Tartrap. Ein bisschen. New Hero win. Noch mehr Tartraps, Alter. Ich krieg so viele Tartraps. Ich muss so viele Kisten, man kriegt, Alter. Ich kann die Push-Trap upgraden. Cool. Oh. Ja, ich hab auch gar Push-Trap gekriegt. Ich bin Level 3. Schon? Ja. Und Level 4. Ich bin erst mal am Kisten. Alter. Oh, Skulls. Ich bin bis zum Level 4. Alter, 753 Skulls hab ich bekommen. Nee, warte. Oh, lol. Level 3. Alter. Level 4. Continue. Next. Ja, okay. Hast du jetzt oben rechts deinen Lord Out? Lord Out? Ich hab wieder mehr Punkte als du gemacht, Junge. Warte schon, los mit dir. Ja, egal. Ja, du hast diesen Flächendamage, weißt du, wodurch du halt viel mehr Kills kriegst. Ja, ich hab wieder mehr Kills.